Der Urlaub ist vorbei, die Flut ist da. Wir lassen uns nicht unterkriegen und fahren am Samstag mit euch in Dresden. Und zwar im Kraftwerk Mitte. Und mit dabei ist auch noch der Tobias Schulz. Und die nette junge Frau links von mir. Und ich natürlich auch. Und da wird nicht nur laut musiziert, sondern da gibt es auch was zu gewinnen. Ja, und zwar verlosen wir zwei Fanpakete von uns am Samstag im Kraftwerk in Dresden. Und da drin wird sein die Stimmung, äh die Spannung, die Spannung, die steigt. Bis ins aber unermessliche Motorrad. Zivi Hasenzahn macht es spannend. So, es geht los mit diesem wunderbaren Ladies Fanpaket. Und zwar einmal mit unserem Logo-Shirt. Natürlich. Da ist das Logo zu sehen. Ja. Und passend dazu einen Kulturbeutel. Da ist passend dazu nicht das Logo zu sehen. Genau. Noch drin sind natürlich unsere CDs, Aufkleber, Autogramme und was es denn hier sonst noch alles so gibt. Ja. Dann das Männer-Fanpaket. Besser wie jedes Überraschungsei. So, und jetzt das Männer-Fanpaket, Freunde. Quasi einfach mal andersrum. Mit Nicht-Logo-Shirt und mit Logo-Beutel. Logo-Kultur-Beutel. Habe ich es doch geahnt. Und ebenfalls CDs, Aufkleber, Autogramme und was wir noch so finden. Also es gibt viel zu gewinnen, viel zu feiern und das war es eigentlich schon. Das dritte fehlt, aber vielleicht finden wir da noch irgendwas. Was muss denn nur dafür getan werden, dass man das hier so gewinnen kann, junge Frau? Das ist eine sehr gute Frage. Das lest ihr nämlich hier unten drunter. So sieht es aus. Also viel Erfolg und wir sehen uns am Samstag.